Geil! Da hast du auch gedacht Bier rein, meinst du? Geil! 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 Ohohoh also ich weiß nicht was du oben gemacht hast ich fand es oben jetzt nicht so rutschig hier unten fand ich es jetzt rutschig aber um ich habe einfach nur hinterfremse zugemacht so ein bisschen mit reingedrückt da ging es voll gut und du leidest da rum du bist doch das fähnchen man das soll ich nicht umfahren muss das so sein also trocken kann man ihn bestimmt springen aber so guck mal also spätestens wenn du hier dran kommst bist du weg das habe ich ja gemeint wenn du schief springst ja ich bin fertig bist nicht fertig oder was das habe ich mit drauf der wedler so Oh, Mann! Okay. Untertitelung des ZDF, 2020 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 Ja und das Ding hättest ja vorher schon springen können, diesen Pump wo du gefahren bist, den hättest du schon springen können, dann war es schon weg, deswegen hab ich Abstand gehalten und finde ich... So knapp, fahre doch weiter die Krott. Ja, ja, ich hab's gesehen. So knapp, fahre doch weiter die Krott. Das war's. Oh. Oh. Oh.